Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Gericht verbannt Leih E-Scooter aus Gelsenkirchen. Gelsenkirchen verbannt E-Scooter Verleih. In einer entscheidenden Maßnahme hat die Stadt Gelsenkirchen kürzlich den Verleih von E-Scootern verboten. Die Stadtverwaltung hofft damit, die wachsenden Sicherheits- und Umweltprobleme in den Griff zu bekommen, die durch die wachsende Popularität dieser modernen Transportmittel entstanden sind. Laut dem Stadtrat von Gelsenkirchen sind die Probleme vielfältig. Sie beinhalten Sicherheitsbedenken, illegales Parken, Verkehrsstau und die Belästigung von Fußgängern, um nur einige zu nennen. Quelle Stadtverwaltung Gelsenkirchen. An öffentlichen Plätzen und in verkehrsreichen Gebieten wurde häufig darüber berichtet, dass achtlos abgestellte E-Scooter einen erheblichen Störfaktor darstellen. Dies führt nicht nur zu Ärger und Unannehmlichkeiten, sondern stellt auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Quelle Polizei Gelsenkirchen. Darüber hinaus hat das rasante Wachstum des E-Scooter-Verleihs auch Umweltprobleme verursacht. Trotz der Tatsache, dass diese Fahrzeuge als umweltfreundliche Alternative zum Auto angepriesen wurden, weisen Untersuchungen darauf hin, dass die Produktion, der Betrieb und die Entsorgung der Scooter erhebliche Mengen an CO2 verursachen. Die Stadt betont, dass das Verbot nicht die Privatnutzung von E-Scootern betrifft, es ist spezifisch auf den Verleih gerichtet. Viele Einwohner und Besucher von Gelsenkirchen nutzen diese Fahrzeuge für ihre täglichen Pendelfahrten und Freizeitfahrten. Und diese Nutzung wird weiterhin erlaubt sein. Obwohl die Nachricht von dem Verbot von einigen mit Enttäuschung aufgenommen wurde, hat sie auch Zustimmung gefunden. Viele Bürger glauben, dass die Schritte der Stadt, das Chaos und die Umweltbelastung durch die unkontrollierte Ausbreitung von Leih-E-Scootern zu begrenzen, notwendig und lobenswert sind. Quelle Umfrage Lokalzeitung Gelsenkirchen. Es bleibt abzuwarten, ob andere Städte dem Beispiel Gelsenkirchens folgen und ähnliche Maßnahmen ergreifen. Sicher ist jedoch, dass die Debatte um den angemessenen Einsatz und die Regulierung von E-Scootern weitergehen wird. Autor Anita Farke, Donnerstag, 18. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.